Ich bin Frank Reis und herzlich willkommen hier in diesem Netzwerk von René. Vielen Dank, lieber René. Und auch ich habe ein Geschenk mitgebracht für euch. Was ist das Geschenk? Ich schenke dir ein 45 Minuten Coaching. Ich weiß, Coachings werden sehr häufig verschenkt, aber in diesem, ich verspreche dir, ich werde dir nichts verkaufen. Wie funktioniert das und was steckt da für dich drin? Ganz einfach. Ich habe ein E-Book geschrieben. In diesem E-Book geht es um die Positionierung und wie du mit verschiedenen Techniken relativ schnell in deinem Business gutes Geld verdienen kannst. Ich plaudere hier wirklich aus dem Nähkästchen, aus den Interviews der bekanntesten Trainern und Coaches. Es ist allerdings branchenübergreifend. Was ist zu tun? Lade dir das E-Book runter. Der René hat das E-Book hier vernetzt. Lese es dir durch und nimm danach Kontakt mit mir auf. Und dann sprechen wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und wenn es eine Stunde ist, ist es auch okay. Aber ich kann maximal zwei Leute pro Woche. Deswegen lohnt es sich, schnell zu sein. Und dann optimieren wir zusammen in dieser Zeit deine Positionierung. Und versprochen, ich werde dir nichts verkaufen. Bis dahin, dein Frank.